Heiß, heiß, hot, 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 hot. I got this feeling that I just can't let it go. Kannst du anders hören die zwei verschiedene Lieder? Ja, ich hab das eine noch gesungen, du hast das andere auch gesungen. Juhu, Dirty Willkommen zu einem weiteren Part von New Super Mario Bros. Wee, mit Jan, der sich die ganze Zeit in meine Ankündigung reinrollt. Ey, zu stark. Nee. So, das kann man sich. Ja, so ein Rollsbo-Sang. Ah, ja, ja, ja. Ach, die sind immer so... Oh nein, ich liebe dich! Ja, klar. Oh, ich liebe das. Oh, das macht mich so glücklich. Da stellt der Jonas einfach den Gewisch. Oh Gott! Oh Gott! Bingu! Nein, der eine ist in den Abgrund gesprungen. Das ist echt so. Ich dachte so, oh mein Gott, fuck life. Warte, stopp, stopp, stopp. Warte, ich bin super leger. Oh, what? Ich dachte, was du gehen. Das ist ja schön kühl, geil. Komm mal. Gib mir Pingu! Ich bin doch nur Pingu! Gib mir Pingu! Yes! Pingu! Oh mein Gott, das sind neue Pingu's. Wir sind alle Pinguine. Ah, ich bin so warm aus, ich geh nicht mal wissen. Oh lol. Ha! Nee, nicht töten. Ha! 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 Du, 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 du. Ab und du, 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 du. Du, 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 du! Habe ich den echt angefroren. Ha! 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 Ach vor dich doch. Ach vor dich. Jan, just kill yourself. Jan, siehste? Schwer. Wieso springt dich jetzt? Wie kannst du einfrieren? Einfrieren! Einfrieren! Okay, bye. Aber du musst jetzt warten, bis du da wieder dran gehst, sonst kriegen wir keine neuen Items. Jan, willst du die Fernbedürfung? Oh, sorry. Ist doch egal, das sind doch jetzt welche Frauen. Ja, die bewegen sich ganz cute. Ja, die laufen von da lang. So, irgendjemand versuchen zu schwabbeln und alle anderen gehen in die Blase oder so? Ne, wir schwabbeln alle. Vielleicht auch alle schwabbeln. Ahhhh, zurück! Seht man, hat echt super funktioniert. Warte, komm mal! Oh, das war super knapp. Das sieht so lustig aus. Wenn dir das so ganz hinten anwappen. Ich hab den Kopf im Kopf. Oh, das ist das super dumme. Das ist so scheiße. Ja, so macht man das nicht. Ja, Mann, aber du presst dich nur an den Rand. Das bringt man halt auch nicht. Ja, ich will... Was tust du? Oh, was tust du? Also einer von euch kann einfach einfrieren und ich stell mich dann drauf oder so. Nein. Du lässt mich durch. Nein, da du nicht. Jan, stell dich an den Rand, damit du nicht getroffen wirst. Ja, dann drehst du doch ein. Ja, mach doch! Drehst du doch ein. Wirklich. Wirklich, Jan. Wirklich. Oh, Mann! Mach ich das halt. Ah! Guck mal, wie ich das einfach ganz hinten hinbekommen hab. Super easy. Hammer. Wenn wir das jetzt halt machen würden, wären wir erst schon bei Welt 5. Ist echt. Nein, 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 nein. Scherz, wenn wir noch den Jan nicht mussten. Ja. So, ich hab mich schon gestackt. Hilf mir! Hochschweiße! So ein Kommentar an die Zuschauer. So ein Alter erratet mich. So Marina Joyce. Ja, genau. Ey, du musst aber das echt noch behalten, weil ich glaub... Oh, nee, warte, jetzt ist ja eh scheiße. Ja! Ja! Kommt da mal! Bye! Oh, Mensch, Lisa. Hä, was ist denn da? Du bist jetzt abgeprallt. Mensch! Ah! Ah! Vielleicht schwappen! Ja! Bye! Sag mal. Hui! Super in time. Ja, total. Da, Bane. Der ist so süß. Ja, ich bin so süß. Nein, du nicht. Nur der Anzug. Ich bin echt noch voll am Anzug. Ja, ich bin voll mit am Spielen. Hallo Leute. Ich hab echt noch einen Anzug von ihr nicht. Ich muss mich einfach echt mal mehr so hinsetzen. Oh Leute, nein. Hi. Die übertreiben ist mir echt heftig. Nee. Und Jan haut meinen PC die ganze Zeit um. Stimmt. Ja. Ja. Kann man auch super viele... Ja, ich hab echt echt nicht. Level Up bekommen, wenn die ganzen... Dinger eintronen. Ratschen. Ist nass, dass ich gar brauche nicht. Da kann man immer den Stinkjob. Oh mein Gott. Hä, Stinkjob geht doch nur mit Sachen, die auf dem Boden sind, oder? Mh. Mh. No. Danke. Don't think that. Danke. Hä, was für Danke? Hättest du so viel drauf gestrungen. Ich nicht. Nein, nicht du. Ich mein Jonas. Du lässt dasselbe festschießen. Oh mein Gott. Ich würde... Ich würde das haben immer richtig gestorben. Wurde ich gestorben? Okay. Kommt ihr hier jemals rein? Kommt ihr jemals rein? Warte mit Mia. Ich bin in Warnung. Oh danke. Tschüss. Bye. Hier komm ich nimmer wisch. Nee. Nee mehr. Woo. Woo. Ahhhh. 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 Ne, warte, hier waren aber keine. Warte, darf mich. Sonst kommen nur zwei Apps raus. Es sind aber keine drin. Oh. Sag da umhutlichen Ständer. Tschüss. Bye. Da oben ist was. Ne, das braucht aber keiner. Das ist sicher. Ich brauche das. Jan. Don't. She even. Der. Move away. Disp���er. 萌ma. Hör mal, was machen wir denn jetzt hier? Ja ich würde da gerne rüber. Gib dich. Ach da. Ja wir Aldax schon nitsch. Jan Move den Bad halt nich. Dann bringt mir das auch noch nicht. Kommra. Tschööööööööö. Das war halt zu langsam. Ne wir müssen eh weiter vidare. Wenn wir da hochholen, dann müssen wir… Komm mal jetzt! Halt. Danke. monsic ownusst autour. Eh okay. Aber dann können wir n bisschen hier hin. Ja oder sooô. Oh Yoshi's! Firstly! Ich kann dich echt nicht schlecken, wenn du da stehst. Sag ich euch nicht, wenn es mir zu viel los geht. Keiner Luft ist in der Weg. Ihr könnt das echt an mich machen bei I know time for this. Ja, mag ich auch nicht. Und jetzt einfach abspringen. Ach wirklich. Oh mein Gott, so ein Lifehack. Da wäre ich besser gekommen. Das ist ein Lifehack, Leute. Das ist ein Lifehack. New Super Mario Bros. Wii is my life. Ja, ist halt so. Life, no thanks. Ich habe nur Super Mario Bros. Ja. Oh Gott. Da war eben ein Spuba. Oh yeah, super geil. Das kann man nicht. Meins. Bye. Wir springen echt über alles hinweg. We have no time for this. Aber... Wo bin ich? Ich seh mich nicht. Da oben. Wir sehen was Schönes. Ah! Ah! Tschüss! Äh, jetzt tschüss! A little car! A little car! A little car! Jetzt winkt er super süß! Oh yeah! Oh yeah! Boah, das ist das... Ne, warte. Heee! Wo? Das hat echt die Hände gesagt! Die sind so zwieiiiit! Kein da. Oh Gott. Das ist... Schwing! Oder ist Geisterhaus. Ich hause das. Ja, ich hause Geisterhaus. Ich hause Geisterhaus. Trash, Trash, Trash. Trash, Trash. Die ganzen Minuten sind schon gekauft. Ja, stimmt schon. Trü, trü, trü. Trö, trö, trö. Trö, trö. 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 Total. All eyes on me? Ja. Das ist voll mit Eis beworfen. Oh, das Level. I love it so much. Also wer geht vor? Ich! Oh yeah. Oh mein Gott. Nein, der eine fällt jetzt runter. Ich muss da erschimmen. Aaaaah! Oh Jan, du hess. Ja, da hat wieder alles. Das ist so, das ist auch nicht geschaffen. Das ist nicht. Ah! Ach scheiße, man muss ja nach unten. Das war jetzt super kompliziert. Ach so, dann schwimmt er ja anders. Ja. War da oben was? Ich um die Münze derweil. Ach stimmt, ja, ich trinke jetzt. Ich wurde zerquetscht. Ah Hilfe! Ich bin unter dem Ding, Rudi. Mein Leben ist zu Ende. Schreibe dich im Platz hin. Komm mal. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh boah, du wirst mich grad fast in diesen Eis strallen. Wenn du meinen Pinguin noch einmal tötest. Jepsi. 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 Bop. Bin ich auch. Jan die ganze Zeit unter dem Tisch mit irgendwas rumfummelt. Und ich denke so. Oh mein Gott. Ja, es ist die Färbe, die... Ja, aber warum hätte ich denn nicht ständig was? Weil wir halt alle immer normalen Sportarten haben. Jan spielt immer so. Ist nicht so. Ich finde das nicht komisch. Halt, halt, halt. Halt, halt. Halt, halt. Ja, lauf doch. Der schwabbelt doch. Der schwabbelt. Ja, der schwabbelt. Ja, der schwabbelt. Oh leu. Super lame ass, wow. Haha. Da war er weg. Bling. Leave me alone. Leave me be. Leave me be. So heftig secret. Hätte man nie gesehen. Super krass. Wow. Das buchtet echt kein Mensch. Aber es leidet runter. Aber du hast echt von Pilgrin verloren. Münzen und Cashew. Tschüss. I love you anyway. Pass von Tofflo. I don't care, die singt I don't care. I love you anyway. You can point fingers if you want. You can point finger. Du kannst Leute fingern. Danke. Immer gerne Lissi, immer gerne. Bay. Danke. Ich hab mich einfach nur gedruckt. Du bist aber weitergerutscht. Moment, stopp, stopp. Slides heute noch. Danke. Du bist auf mich drauf gespielt. Das braucht ja echt kein Mensch. Haben wir irgendwas vergessen? Die dritte Mütze. Ich glaube das Teil brauchen wir aber dafür, weil das da so runter durchseidet. Hörn dir Lissi. Ja, ich glaub schon. Stopp! Willst du das mit mir? Wirst du vorgehen? Nein, nein. Ich geh vor. Ich geh vor. Ich geh danach. Oh Jan, das war super unnötig. Ich seh nix. Jetzt kriegen wir die dritte Mütze. Wir können das bestimmt eh schaffen, weil einfach sich einer reinwirft. Super easy. Easy. Okay, ja. Ich werd nicht rein. Schade, wer hat neis genannt im Moment reinges. So, klar. Aber nein. Super. Stopp! Was? Nee. Ja, nehm ich mit! Ey, was? Ich konnte nicht. Ja, weil das wieder das ist mit, wenn Level beendet ist, kann man Blasen nicht mehr aufhören zu existieren lassen. Also wenn das Level zu Ende ist, kann man nicht mehr blasen. So was geil. Dann kann einfach Blasen aus. Ja, ist echt so. Ach Gott, ich will jetzt nicht gegen dich klatschen. Wehe, du kommst mir in mein Face. Wehe. Ah, Mann! Ich hasse mein Leben! Wenn wir zu dem Super-Wallnup-Haus gegangen wären, wäre das bestimmt nicht passiert. Du wärst da auf keinen Fall hingegangen. Nein. Schaust du dir auch echt. Yeah, gräste Bumser. Bumser in die Friesen. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, 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 baby. Ach Gott, jetzt ist der wieder zuerst. Jaaa. Nichts auf deinem Freund macht jetzt auf deinem Vater oder so. Ich stand so, ja. Ich wart mal an der Kette. Rot. Mag ich echt nicht. Rot, Rot, Rot. Auch jetzt kommt das dumme Level, ich hasse. I love Cheap to the Bills. Huch. Huch. Das ist alles. Meine Folie. 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 Victoria! Victoria! Darüber! 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 Ah, ist echt super! Ich kenn das Spiel doch nicht! Danke! Danke! Vielen Dank! Das war fake, oder? Was denn? Niemand hat irgendwas gemacht! Ah, ja, ja! Ich hab so lange gebrochen, um diese dumme Tür zu finden damals! Ich hab's echt nicht geschafft! Wow! Hier war was! Da ist echt der Pilz super reingeflammelt! Das braucht aber echt kein Mensch! Doch, Kerstin Zweig! Hier drüben geht's rein! Hä? Ich wollte doch rüberspringen! Oh, da geht's doch nicht rein! Warte, hier! Oh, wow! Sieg gut, ne Münze fliegt da vorbei! Nein, hier! Bye! Und bye! Hammer! Das ist ein bisschen simslos! Warte, hier rechts vielleicht? Ja, ich glaub da geht's auch noch! Ach jeee! Danke! Ich fand so ein bisschen die Basis, wir haben jetzt echt fast gestorben! Ich verstehe mal, da bin ich fast gestorben! Nein, ich bin gestorben! Oh, danke! Hör mal! Da war's aber so ein stralter écrit da Wehm! He choler! Hier ist übrigens der Secret Ausgang für die andere Welt! Weißt stop, stop, wir müssen den kleinen Geflügeltypi rüberholen! Jan, guck mal die andere Richtung! Hach Jan! Vá jag! Die Geflügeltypi vor allem! Oh nein! Das sind wir alle, das gönn dir. Ja, du schau. Der sieht so geflügelt. So, wenn man sich jetzt hier runterfallen lässt. Hä, what the fuck? Da waren wir nicht rein. Doch. Aber da ist der andere Ausgang, da müssen wir das Level nochmal machen, um den normalen Ausgang hinzubekommen. Hauptsache, Jonas kommt da durch. Jonas kommt da einfach durch. Aber hier ist doch auch die Münze, oder ne? Wisst ihr was, hier bin ich übelst oft gestorben, weil ich nicht wusste, dass man sich immer links und rechts drehen muss als Einzelspieler und dachte immer so, wie soll man das machen? Ich hab mir sofort panisch in den Herkelhand. Ich geh mal da lang. Aber ich mein, hier gibt's doch die dritte Münze, oder nicht? Sonst haben wir die erst. Aber da muss man die sofort am Rand holen, war da nicht irgendwas? Ja, ich mein schon, das war super eklig. Weil das fetzt gleich so mega ab. Ich komm einfach jetzt in die Münze. Hier war sie, hier war sie, Schatz sie. Yes, hol sie, geh rein. Hol sie. Guck mal, ich hab's sogar geschafft, ohne zu sterben. Super gut. Ich komme nicht klar. Du hast dich ducken müssen. Nee, ich mach's einfach so. Ich geh auf! Ich geh auf! Ich geh auf! Ey, Mann! Ich geh auf! Nimm den Fetten, nimm den Fetten, nimm den Fetten, nimm den Fetten! Ja, Mensch dabei. Gib den Fetten, herrlich. Danke, gönn dir auch noch das andere. Why not. Ja. Voll schief. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Das ist gut für mich. Okay. Das war echt fake. Nein, da war noch was. Oh, yes! Dang, gib mir den geilen Sprung. Das war auch klar. Ja. Ja, nur so. Das war echt der Normale noch. Aber jetzt haben wir alle zwei Münzen, obwohl wir das eigentlich gar nicht machen wollten. Und trotzdem machen wir das jetzt wieder. Und im Secret Exit. Hiiii. Kawaii. Kawaii. Wir sind zwei und sie machen weiter. Füllen sieht immer aus wie so ein Pistone. Ja. Schieß mir ins Auge. Hä, aber wer macht das denn so bitte? Das machen doch nur Savages. Eigentlich müssen wir das jetzt echt nicht machen. Ja, komm. Weil wir haben alle Münzen. Nein! Ich hasse mein Liebe. Wegen den. Hast du denn? Du sitzt abends und da schlägst. Ich hasse mal den. Wegen den. Schau, schau. Ha, ha. Oh Mann, ey. Hör da drauf zu buchsen. Hast du mal jemanden? Nee. Oh Gott. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Das war super easy. Oh. Super easy, ja. Ich hab dich gerettet. Oh, 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 oh. Puff. Ich fliege super hoch. Was willst du? Ah, Hilfe. Gott. Ich nehme es. Nee, ich. Aber ich stand dabei. Wow. Wir müssen alle wie eine kleine Familie drüber. Es ist nicht cute. Ah, ja, ja. Seltsam Pilze. So Pilze haben wir eigentlich schon. Hä? Interessiert mich. Da ist einfach eine Krähe. Eine Krähe? Ach so. Ja, krass. Die macht so. Ah, ah, ah. Nee, so ähnlich. Nein, so rast doch die gar nicht aus. Schau. Nee, nur warte, warte, weg ist. Ach, das war scheiße. Oh, ja. Ja, ich nehme mich. Glaub ich, anders Level. Du hast es gar nicht gespielt. Doch, ich hab das doch immer mal gesehen. Nicht so. Er war doch schon Fan der ersten Stunde. Nein. Lass mich los. 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 Das war so geil. Lass mich. Was bitte? Was war das andere? Das war das andere. Das mit den Leichen. Das ist halt die Stelle. Oh ja, geil, meine sexy Totenverwand. Bye. Ja, Marge, bin ich. Oh, geil. Girl, die hat hart in den Ass. Bye. Ja, dann komm schon. Jan. Da kann man aber rüber, ne? Jan! 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 Jan, ja, ja, ja. Jan, ja, jan. Schwung in die Gister! Ab geht über das Zitz. Muss man doch nicht klein sein am Ende, um irgendwie was Geheimes zu kriegen, oder so? Ne, hier ist dieses super Dumme, wo du am Ende, wenn das hochgeht, das Power-Up erst benutzen darfst, wenn, ne, du darfst es gar nicht benutzen. sondern du musst die ganze Zeit vor den Weg springen, oder so was richtig Dummes. Irgendwas war da. Ese. Ah! Ah! Bye! Ich hüpfe und ich bin klein. Weil da ist dieses, wo diese Metalldinger am Ende die kaputt bashen müssen, dass man da durch kann. Das ist super spät. Hör mal! Zerstören dich alles! Doch! Ach warte, musst du dir nicht einfrieren und damit auch irgendwas machen? Nee. Sicher? Geil, danke Jan. Danke, danke. Ich bin da nur gerade dran gestorben wegen dir. Super. Super, toll. Spring doch hoch! Ja, das gibt mir alles. Okay. 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 Wo war denn das zweite hier? Das weiß ich mir gleich nicht mehr. Und das ist jetzt übel fies, diese Scheißmutter. Wir haben schon eine Mitte verpasst, glaube ich. Kann sein. Ja, hatte ich auch so ein Gefühl. Ja, aber kann sein, dass hier was gewesen wäre. Ja. Aber wir brauchen diese Knochen trocken bei irgendwas. Nee, hier brauchst du diese... Aber wenn noch was in der Wand ist, sieht man bei diesen ganzen Schlössern doch immer. Hier brauchen wir das Power. Ja, okay. Wer nimmt das? Oh Gott. Ja, ihr dürft halt jetzt nicht in der Nähe von mir rum springen. Beschützt mich. Und zerstört die Dinger am besten. Mach's dir mal kaputt. Das geht. Aua. So warte, gleich kommt irgendwas von oben runtergepratscht? Nee, das Problem ist, wir dürfen die nicht benutzen an der Stelle, wo diese Metallteile kommen, diese Räder, weil die machen uns das Ende kaputt, wo wir an die Münze dran kommen. Ohhhh. Ja. Also die beiden dürfen jetzt kaputt machen, aber die anderen beiden nitsch. Oh. Da kommt nochmal welche und dann wird sie super intens. Und die dürfen aber erst nitsch kaputt machen. Also niemand geht an das scheiß Power dran. Oder ich nehm's einfach mit und beschütze es. Weil ich weiß nicht, ob das eventuell kaputt gebashed wird. Also die Kugeln dürfen wir nicht kaputt machen. Oder halt. Hä? Ja, da ist das Power. Das muss jetzt irgendjemand aufheben in der Mitte, weil sonst machen die sich selber kaputt. Oh, ich hab die Verantwortung. Oh Gott. Hilfe. Jetzt, oder? Rüber. Rüber. Nein. Ah. Ja, ich hab die Winsbekommen. Der Stress ist super real. Oh, das war jetzt die zweite. Yeah. Puh. Die hab ich sonst nie bekommen, weil die super intensiv ist. Ja, die war echt alleine super scheiße. Super scheiße, super geil. Sorry. Oh, ich wär's echt mal umgebracht. Boop. Hör mal, wieso ich war voll an dir drin? Jan, du schüttelst echt immer in deine Hohen. Oh, warte, einer muss in der Hohen gestorben. Stopp, bitte. Darüber. Ja. Hör mal, jetzt lass mich doch. Ich hab dich nicht mal ver... Doch, hast du. Das war mein Versehen. Das war mein Versehen. Warte, ich kann mir jetzt... Komm mal, jetzt kommt da auch noch so eine straßenfähige Maschine draus, ne? Weil wir mussten das Fenster aufmachen, sonst wären wir eher stickt. Das ging gar nicht. Ha, ich war noch drin. Es war einfach zu hot in hier und danach war ich noch so... It's getting hot in. Oh, nee, nee. Und jetzt kommt hier so eine olle... So eine olle, was? Boots, Boots, Boots. Boots. Aja, danach wird der Super. Oh, er stellt erst mal an. Der ist so geteilt. Los, spring schnell drauf, bevor der irgendeine Scheiße macht. Da, 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 da. What? Dann fliegt er einfach nur 11.000 Meter. Ja. Bester Punkt. So, dann würde ich, weil ich jetzt echt den Kanal übernommen habe, sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass einen Daumen da. Wenn ja. Das ist bescheißen. Sind doch einfach Gleiter. Und ein Kommentar, wenn ihr irgendwelche Schöne anbekommen habt. Also wenn ihr eine Anbekommen habt. Aber sonst nicht, dann... What? Tschüss.